Die Erdenfreund-Tierschutz-Mission bis 2026. Wir schaffen Lebensraum für über 2 Millionen heimische Wildtiere mit 178.794 der wohl hochwertigsten Wildtierhäuser Europas. Weltweit sterben täglich ca. 150 verschiedene Tier- und Pflanzenarten für immer aus. Wir erleben das größte Artensterben seit dem Meteoriteneinschlag vor 66 Millionen Jahren, dessen Folge die Dinosaurier auslöchte. Monokulturen und Pestizide haben in den letzten 27 Jahren zu einem Insektensterben von 75 Prozent, der für die Bestäubung wichtigen Fluginsekten geführt. Die Landwirtschaft sowie der Wohnungs- und Straßenbau zerstören zusätzlich wichtige Ökosysteme, wodurch viele Wildtiere Nahrungsquellen und Lebensraum verlieren. Wie können wir unsere Tierwelt retten? Wildtiere brauchen sicheren Lebensraum, um zu schlafen und den Nachwuchs großzuziehen, verlässliche Trink- und Futterquellen für die Nahrungsaufnahme sowie Artgenossen, um sich fortzupflanzen. Du kannst sie retten, indem du Lebensraum in deinem Lebensraum schaffst. Artgerechte Futter- und Nistmöglichkeiten schaffen neuen Lebensraum für Wildtiere. Du kannst Wildtierhäuser in deinem Garten, auf deiner Terrasse, auf deinem Balkon oder gar an deine Hauswand anbringen. Gemeinsam können wir unsere Tierwelt retten. Bis 2026 bauen wir 178.794 artgerechte Wildtierhäuser und erschaffen gemeinsam das Erdenfreund-Wildtierhaus-Netzwerk. Mit Lebensraum für über 2 Millionen Wildtiere. Erdenfreund steht für die wohl hochwertigsten Wildtierhäuser Europas. Wir arbeiten ausschließlich mit heimischem FSC-Massivholz. Aus regionalen Wäldern mit kurzen Transportwegen. Und fertigen langlebig in hochwertiger Handwerkskunst. www.erdenfreund.com www.erdenfreund.com www.erdenfreund.com